Ich bin eine Freundin von Tifa. Und wo ist Tifa? Die ist gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er nicht nach Hause? Nein, deshalb bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Aber hier ist es gefährlich. Ich bring dich hier raus. Zerstören Sie die Bar? Das ist unser Zuhause. Das ist schlimm. Aber Zuhause ist, wo die Familie ist. Nicht? Gehen wir? Gehen wir zu Hause. Oh, 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 oh. Du duftest ja so. Ja? Ja, den Geruch kenne ich. Vergiss es nicht. Na komm. Ich bring dich zu meinem...